Das Schiefe, der schräge Wurf, ja man kann da ganz groß mit ganz dicken Formeln einhergehen und mit sonst was. Wir betrachten den mal auf dem Wege der Herleitung. Das geht eigentlich viel einfacher und es ist auch verständlicher, weshalb dann der schräge Wurf so funktioniert. Wir haben hier ein Beispiel, ich nehme mal einen alten Wehrturm, 25 Meter hoch und oben schiebt einer mit voller Kraft eine Kugel weg oder schießt einen Pfeil ab oder schießt mit einer Kanone, also 25 Meter pro Sekunde, das sind 90 Kilometer pro Stunde, immerhin, lasst ihn schießen. So, er wirft unter einem Winkel von 30 Grad diesen Gegenstand los, der wird natürlich eine Parabel beschreiben und an seinem höchsten Punkt kehrt sich die vertikale Geschwindigkeitskomponente um von entsprechender Geschwindigkeit bis auf 0 und das Ding fällt dann wieder runter. Man könnte auch sagen, er wirft mit einer bestimmten Vertikalkomponente den Gegenstand hoch und die fällt wieder runter bis hierher. Allerdings, weil er sie ja nicht auf die Kante wieder schmeißt, sondern etwas wegschmeißt, fällt das Ding dann weiter runter. Wir haben also im Prinzip drei Wegeabschnitte. Einmal von hier bis hier, bis die vertikale Komponente der Geschwindigkeit 0 ist, dann nochmal bis dahin und dann fällt der Gegenstand den Rest, aber da er eine horizontale Komponente mit bei hat, wird er wahrscheinlich drei verschiedene Wege zurücklegen. Die Wege insgesamt interessieren uns, also wir möchten wissen, wie weit kommt er mit diesem Gegenstand. Splitten wir die ganze Sache mal ein bisschen übersichtlicher auf, uns interessiert vielleicht gar nicht, vielleicht doch, wie hoch kommt das Ding, das wird dann sehr interessant übrigens, das Ergebnis.